Verkauft Wolle und Carp... Wolle oder Carpet? In allen Farben? Nee, in einer Farbe. Dann nächstes Level Rot, Grey, Pink, Yellow, Orange. Eine der Farben für Emeralds. Und Betten. Emeralds für Betten. Dann die letzten Farben, die fehlen, kauft er als nächstes an. Und, äh, Banner. Und das letzte, was er verkauft, ist, er verkauft den Phoenix. Und du brauchst, weil du auch Phoenix. Das war einfach nur das, was Lucy eingefallen hat. Der Mason, den wollen wir haben. Äh, auf Mastery, also manchmal sollte er ein Emerald für ein Quarzblock oder ein Quarzpiller. So. Also wir kriegen die Quarzblock da durch. Da hat sich fast vieles zu, äh, für diese Sachen bauen. Ja, und es ist halt eine schöne Sache, um den Neta erstmal zu umgehen, weil der ja noch aus ist. Hm. Weil, so, diese wichtigen Sachen aus dem Neta kriegen wir ja eigentlich durch die Villager Quarz. Sklostone auch später, wenn die Mob schon funktioniert. Ab da, das finden wir noch ein Ei, haben wir ein Hexenspawn-Ei eigentlich? Nein. Geht das in den Dingsrums? Weiß ich nicht, wir haben da aber kein Spawn-Ei. Zumindest nicht, dass ich jetzt auf die Schnelle wüsste. Du hast die Preise festgelegt. Ja, überleg mal wann ich das gemacht hab. Ja, ich weiß. Und ich hab die halt immer noch nicht umgeändert. Mittlerweile wüsste ich auch nicht mehr zu was man die umändern wollte. Äh, hä? Ne, so. Du wolltest doch hier so einen Dingsbums da drin haben. Äh, bin grad überfragt. Nicht Herz des Meeres, sondern die erweiterte Form davon. Fanduil. Genau. Was? Achso, die wollte ich, dass der die dafür haben will. Ja. Noch? Achso, ja. L und Conduit können wir einfach machen über den, äh, Fisherman. Weil der, äh, sollte... Warte, guck jetzt mal. Ne, der Fisherman hat der ernsthaft Herz des Meeres und so weiter. Nein, die, äh... Genau. Ne, das Teil heißt auch gar nicht Conduit. Doch. Das, was du mit Herz des Meeres baust. Weißt das doch? Ja, das heißt Conduit. Zumindest im Englischen. Oder der Effekt heißt Conduit. Ach, okay. Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier, fünf, sechs, sieben, vier... Äh, nicht in der Batroc Edition, wir sind in der Java Edition. Ne, vergiss es! Wir haben den auch schon gemastert. Äh, ne. Ich habe ihn gerade verwechselt. Es ist beim Trading, äh, beim Wandering Trader, der hat eine Chance, Dings zu, äh, haben. Nautilus Shelds, was du für eine Art of the Sea brauchst. Zwei, so... Die kannst du aber auch angeln. Ich weiß... Ja, ich weiß... Die haben aber auch bloß wieder eine gewisse Prozentschance. Und die kann man auch einfach durch die Zombies klatschen kriegen. Es soll halt einfach nur ein bisschen schwerer sein, als 32 DS, 32 Emirates dahin zu kriegen. Ist ja nicht so wirklich das Dramatische. Ja, man kann sie auch über die Drone bekommen. Aber die haben eine 3%ige Drop Chance. Und das auch nur, wenn sie sie in der Hand haben. Die soll ja auch ein bisschen selten sein. Oder einfach nur, wir könnten nur vereinfachen. Oder einfach nur Herz des Meeres. Ein Herz des Meeres habe ich schon. Nicht nur du. Das hat jeder schon. Ach, Eik auch? Natürlich. Also haben wir vier Stück. Wow. Der Eik hat dort auch schon. Jetzt fehlt mir da drei, vier Stück noch. So, das da genau. Dann. Das. Das. Warum die spawnen eigentlich diese bescheuerten Ranken nicht irgendwann mal? Nee, da musst du oben die letzte abbauen. Das mache ich irgendwann. Wenn ich Lust habe. Ich versuche es mal ein paar Neufilerschef zu bebrauchen. Ich habe die Fälschen gemacht. Okay. Und noch sechs Stück. 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 Das klang aber ehrlich gesagt nicht wie nix nix. Wenn das so weiter geht, besteht unser Dorf bald nur noch aus Kisten als aus irgendwas anderem. Das hat doch auch was. Jaaaa. Vier, acht. So, meine Güte ey. Das da. Da hin. Dann mit der ich drei, sechs Stück. Ich nehme es zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. 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 Dann brauche ich wieder diese, äh 3, ok, das wäre dann hier. 27 Level, ach du Scheiß. Was hab ich das vergessen? Ja gut, das hab ich nicht. Was brauchst du 27 Level? Um Sharpness 4 und Sharpness 4 zusammen zu craften. Hol dir doch ein Sharpness 5 Buch. Würde mir auf einen jetzigen Sharpness 4 Schwert ja nix bringen. Ich hatte auch Sharpness 3 oder Sharpness 4 bei mir drauf, ich hab einfach das 5er Buch drauf geknallt. Ja, aber das wär bei mir glaub ich auch nicht viel billiger. Ich kann's ausprobieren, ich hab hier eins. Das ist doch einiges billiger. Sag ich ja. Legst du dich vorher mal hin? Oder irgendjemand anderes da schön. Warum ist das so billiger? Weil das nur ein Buch ist, was eine Verzauberung gibt und eine andere dadurch ersetzt. So, ich glaub ich hab meinen Meister wegfällt. Perfekt. Hier müssten noch viele Drawns spawnen bei so ruinmäßigen Dingern oder nicht. Ich bräuchte sowas wie ein Star Wars. Eine Puppe gegen die man schlagen kann um die Damage zu sehen. Obwohl, das kann man ja einfach ablesen, wer auch nützlos ist. Oh, da ist ein Mob. Ist das 1 Hit? 2 Hit? 1 2 1 2 Denk immer daran, die Level unterscheiden sich bei den Mobs. Der eine kann 2 Hit sein, der andere da brauchst du schon wieder weitaus mehr. Ich weiß, aber es ist halt das für mich best machbare. Mini-Zombie. Woah! 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 Was ist denn los? Woah! Wasser! 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 Scheiße, ey! Hat da eben Darko grad angefangen zu brennen? Das nicht. Ja, das auch. Aber der macht 2,5 Herzen Schaden und das ist halt ein Mini-Zombie, die hasse ich. Weil man die nicht richtig hauen kann. Ja, also es fällt mir schwer. Wenn der Darko lange Weile hat. Was brauchst du da eigentlich? Kann er gerne mal 3 Obsidian-Farm gehen. Wirklich nur 3? Ok. Ja. Machst du einen Verzaugungstisch? Nö. Achso, für das Netaportal. Eik, kannst du mal kurz von der Kronung herkommen? Und ich lass doch nie meine Rüstung von dir beschädigen. Wo bin ich denn? Nein! Du sollst das Schwert in die Hand nehmen und mir sagen, was noch fehlt für die Zukunft. Ich hab keine Ahnung, welche Verzaugung es alles gibt. Besonders nicht auf Englisch, da bin ich komplett. Also 3 brauchst du noch, oder? Mending ist das eh... Ja, Mending ist das einzige was noch fehlt. Weiß egal ob ich das da drauf haben will. Drei Obsidian? Drei Obsidian, ja. Okay. Creeper, nervt nicht. Alter, hinter Darkus Haus ist ja eigentlich so eine Unterwasserruine. Ja. Ja, da hatten wir... Aufbauen. Ich hatte vergessen, dass das aus ist. Du meinst ran. Ja, aus, dass es... Aus, dass es keinen Schaden mehr macht. Hier spawnt einfach gar nichts. Ähm... Dann muss der Darko das Sitz aufbauen. Ja, hast du noch Erde? Du hast mir mal ne ganze Erde geklaut. Ich glaub die ist hier alles despawn, aber ich hab da was eingesammelt. Habs hier runtergeworfen. So viel wollen wir auch nicht, aber... Wo seid ihr denn beide so? Mobfarm und eher ein zukünftiges Netapotter. Ich hätte drüber in meinem Villager und gesagt hätte ich euch verraten, wo ich da die ganze Erde verstecke. Das würde ich da jetzt endlos dann... Ja, im Villager-Teil drinnen. In der Barrel. In der Barrel hinterm Fischerm... Äh... Außerdem, warum versteckt? Ich wusste auch schon, wo die sind. Ja, im Versteck, dass man die nicht so offensichtlich sieht und dass das nicht die Kisten zumüllt. Also das Versteck ist schon lange keins mehr. Kannst du unten in die Kiste schmeißen, die Erde. Da muss ich da auch schon Kiste rausrollen. Kiste? Ach da. Ich bin teilweise echt mit. Ja. Ist das ein Schiff? Ah, scheiße. Das reicht nicht. Das. Und dann das. Und dann brauche ich davon aus der... Jetzt habe ich 16, die reichen nicht aus. So 36. Oh. Juck, wie da was passiert. So. Oh, meine mühen Knochen, Alter. Ich bin so alt. Unso temperamentvoll. Das hast du gesagt. Nee, und... Ja, ich habe mich sowieso versprochen. Und zu temperamentvoll, sollte ich sagen. Oh, shit. Äh... Muss ich das ja doch hier ran bauen? So. Na gut, gleich ist eh Schluss. Hm... Bei 15 Minuten gerade mal. Ja, sonst waren die halt noch halb zu Ende. Ja, würde ich auch sagen. Schadet ja nicht. Äh, nee. Das muss ich dann doch so machen. Ja, da müssen wir das so machen. Ob sie das was jetzt aber noch nicht fahren können? Ja, ne mache ich noch nicht. Dann würdest du das noch schnell machen, weil dann könnte ich dort oben komplett Licht machen. Mach ich gleich, ich bin gerade am anderen Ende des Tunnels. Dann kann ich später hier oben dicht machen. Jetzt setze ich mir hier oben auch noch so ein Scheiß Ding hin. Kann niemand kurz die Koordinaten von zuhause sagen? Minus 8780 plus 6370. Minus 8000... Die haben sich seit unserer letzten Exkursion nicht geändert. Und die letzte war 6000... 6370. Ich bin nur kurz ein bisschen aufs Meer hinter Darko's Haus gefahren, um nach Drowns zu suchen. Bin irgendwie 400 Blöcke weit gefahren, ohne es zu merken. Das würde ich dir raten, mach das in der Nacht. Kann man nur mal kurz ein paar Drowns suchen gehen. Oh lol, ich habe mich um... Oh, leck mich auf den Arsch. Gut gemacht, Ike. Und das ganze Ding wieder abreißen. Was? Ich habe mich um eine halbe Staff verbaut. Um eine halbe Staff. Autsch. Oh Mann. Warum nur? Warum nur? Warum? 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 Könntest du vorher selbst wenn, der Villager Quarz droppen sollte, äh... machen würde irgendwann... Mit Quarz blöcken können wir ja nichts anfangen oder? schön bauen ich meine technisch das geht nicht wieder zurück zu kurz bei dieser eine dort das gerade verkauft ist und was meistens so hoch gemacht du kannst es so sehen quarts block ist der einzige block den nicht mehr zurück kraften kannst ich habe mich komplett verlaufen ich sage mir so du hast jetzt nicht mal mehr acht minuten 8000 was 8780 oder 70 ok und das andere war 6370 steht gerade direkt auf den koordinaten die richtung das kann passieren also aber steht gerade dort wo das nether portal hinkommt und die koordinaten gebe ich dann noch durch das gold ding da oben drauf das fällt definitiv auf aber dass du das baust heißt das jetzt eigentlich dass das nächste staffel schon eröffnet wird oder ihr nächsten aufnahmetermin mal gucken mal schauen mal schauen mir würde einiges einfallen was man vorher machen könnte ich habe gerade lange weile deswegen baue ich guck dir guck dir meine minen eldercraft an lange weile ja aber auf die anderen projekte hast du keine lust gerade eben nicht so wirklich ist das da vorne die kante zu der ich muss ja den baum erkenne ich wieder ich bin richtig komm schon wo ist das hässliche dach damit du auf ja ich habe das hässliche dach gefunden wo denn hier ist nix das habe ich hier gerade wirklich nicht gesehen jetzt ist mein wasser weg cool ich habe da wasser gesetzt damit die nicht mehr brennen allein damit die nicht mehr brennen jetzt kommt die peter von der auft brauchst du hilfe wenn ja ich helfe nicht ich bin am bauern ich habe noch weg zwei ich auch Oh, Entschuldigung! Die sind gerade bei uns in normaler Zombieform. Sehr verdreht. Oh ja, komm, so viele sind das doch nicht mehr. So viele sind das doch nicht mehr. Die kommen jetzt alle. Das hier ist effektiver als deine Mob-Farm. Oh ne. Das war ich. Entschuldigung. Und von hinten an uns geht. Willst du mich verarschen? Fick viel. Jetzt habe ich kein Problem. Komm mal zu, ich vermisse von echt nichts. Ne, jetzt machst du das auch noch zu. Ne, natürlich. Ich habe doch gesagt, ich baue hier. Perfekt. Das sieht so lustig aus, wie du mir im Kreis rettest. Hilf mir mal, ich habe nicht mehr viele Leben. Besonders bei dem Kleinen, die anderen sind mir egal. Äh, jetzt kommt du in ein Skeletto, willst du mich fahren? Tschüss Skelett. Tschüss. Ein Herz. Ein Herz. Guck mal, das Skelett ist auf mich ab. Das könntest du zum Beispiel gehen. Wenn es noch da wäre. Ich gehe gerade auf gar nichts. Kommt die nicht mehr hoch? Nö, ich habe es gerade zugebaut. Oh ey. Das hättest du mir auch vorher sagen können, dass es einfach nur Zubauen braucht. Daran hat der Darko wieder nicht gedacht. Toll, wir haben die alle in unser Weitenfeld reingeschubst. Passiert, meine Güte. Äh. Äh. Ich habe den besseren Pink. Äh. Ich sammle immer das ganze Zeug von anderen auf. Hey Darko, dein Freund ist da. Wow. Wow. Wo kommt der denn her? Der kam hier durch das inner Loch. Die kommen hier halt noch durch. Ja, weil du es wieder aufgemacht hast. Ne, der ist bloß eben bloß groß. Ja, der kleine. Ich weiß. So, ich kann jetzt wieder zu euch rüberkommen. Ich habe meine Stürz und Friedrich versiegt. Äh, naja, ich gehe doch nicht zu euch. Ich bin so viele, viele. Oh, Darko. Du musst schon gucken, wo du hinschießt. Das könnte jetzt Eisenverstände nicht sein, dass ich das jetzt noch haupt. Oh, mein Gott. Lass mich mal den Arm rutsch doch aus. Wow, Darko. echt jetzt dann kommt er wieder hoch da kannst du klatschen ich muss trotzdem wieder runter und ich muss noch mal ja Vielen Dank.